So, da bin ich wieder. Ich habe mir ganz kurz mal ein bisschen was angelesen bezüglich einfach Lehrer im sechsten Kapitel. Und ich scheine ein Problem zu haben. Also die scheint der Einzige zu sein, der mir das aktiv noch beibringen kann. Das bedeutet, ich müsste mich zu ihm durchmetzeln durch das neue Lager. Mit dem Teleport komme ich da aber nicht weiter. Ich will mit dir handeln. Gut. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. Solange ich damit nichts zu tun habe. 2200 Erz nur. War nicht besonders scharf. Wird ja wahrscheinlich nicht stärkeres da haben als ich. Das ist wirklich nicht mein Problem. War doch klar, dass das ärgert. Und da brauchst du nicht alles glauben, was man lernt. Und da brauchst du nicht alles glauben, aber klar, dass das... Pfeile nehme ich noch mit. Lass uns lieber über was anderes reden. Wahrscheinlich das Projekt. Viel Quatsch für mich. Manche nach oben ist gar nichts besser. Manche nach oben ist gar nichts besser. Zwei Sachen bin ich losgeworden von den Milliarden, sagt ich, wenn ich rumtrage. Wer kann mir zwei Handkampen herbeibringen? Du nicht. Das ist sehr, sehr schlecht. Was kann ich denn tun? Ich laufe jetzt einfach zum neuen Lager, versuche mich da durchzumogeln und dann ist gut. Anders wüsste ich es auch nicht. Die Alternative wäre gone, wobei ich nicht weiß, ob der mir das beibringen kann. So, jetzt habe ich noch das voll vom ewigen Laufen oder vom ewigen Umgehen, jetzt laufe ich mal. Mist, 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 ich habe jetzt die 40 Lernpunkte, aber ich habe gerade keinen Lehrer zur Hand. Oh! Der wird dir direkt gebraten. Oh! 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 Ich würde mal interessieren, wo der Ego ist! magie zu ehren kannst du mir was beibringen ja komm bald wieder es gibt viel zu lernen ja mach's gut es gibt viel zu lernen ja es gibt für mich eigentlich nur noch eine plausible sache zu lernen wieso habe ich eigentlich warte jetzt muss ich mal gucken ich habe diesen blöden armbust scheiß ich bin auf dem rücken jetzt muss ich die ganzen waffen durch scrollen ach mensch es dauerte in der ewigkeit ein bisschen von meinen bögen und armbusten angekommen bin überlegen wo wir am anfang gewesen sind ja schaden 10 11 12 13 also jetzt haben wir 120 plus noch feuerschaden altar unmenschlich diese waffen hier spitzhacke 7 knüppel 5 was zu helde war das scheißen dreck ich muss versuchen da jetzt irgendwie reinzukommen im neuen lager muss versuchen ob die mir das jetzt noch beibringt ansonsten habe ich wirklich ein großes problem gorn wird wahrscheinlich noch oben an der neuen mine sein da gehe ich ganz stark von aus und das nützt mir natürlich auch nichts achso ne das nützt mir auch nichts das nützt mir auch nichts da kann ich auch nichts beibringen 확ne denn Wahrscheinlich werden die jetzt am Eingang schon tierisch sauer auf uns sein, da gehe ich ganz stark von aus Oder? Ne, tatsächlich nicht. Ich hätte gedacht, das ganze Lager ist mir irgendwie auf den Fersen So, ich speichere nochmal schnell Lasst mich bloß in Ruhe Leute, ihr habt hier keine Chance gegen mich Vielleicht sind es nur die seltener, die mir jetzt auf den Fersen sind Das sehe ich ja dann jetzt Geil, die haben auch nichts gegen mich Dann sind das nur die Magier Dann könnt ihr sogar großes Glück haben und mit Linoch sprechen können Wow, mit Linoch sprechen können Wer ist hier? Ok, hier ist keiner Wenn du willst Sei gegrüßt Ändere zunächst deine Grundhaltung Halte das Schwert aufrecht Fasse den Griff mit beiden Händen und halte es seitlich am Körper Schlage schnell von oben und lass die Klinge über deine Schulter gleiten Nun hast du die Möglichkeit einen schnellen Schlag nach rechts zu machen Damit bietest du dem Gegner keine Chance an dich ranzukommen Sonst schlage wieder von links oben nach vorne, um so den Gegner zurückzutreiben Eine schnelle Körperdrehung verleiht deinem nächsten Schlag die nötige Wucht, um den Gegner zu Boden zu zwingen Falls das nicht ausreichen sollte, dann nutze den übrigen Schwung, um die Klinge noch einmal tanzen zu lassen Geh nach deinem Angriff in den Block und suche eine Lücke, damit du erneut zuschlagen kannst Abwechslung in den Kampfbewegungen und Positionswechsel sind der Schlüssel zum Sieg Vielen Dank, jetzt bin ich echt glücklich, dass ich das doch noch lernen konnte Und jetzt meine Lieben, werden wir uns zum alten Herrn begeben und ihm unsere Story erzählen, die wir jetzt hier zu erzählen haben Das Schwert wurde ja erfolgreich aufgeladen Und die Rüstung haben wir auch Jetzt kann es losgehen Sehr geil Jetzt habe ich meine Zweihänder-Geschichte doch noch perfektionieren können Ich habe Uriziel aufgeladen Unglaublich! Das Schwert hat seine alten Kräfte wieder gewonnen Nun führst du eine wahrhaft mächtige Waffe Du erwähntest einen Weg, wie ich Uriziel auch als Magier wirksam führen könnte Wenn du Uriziel genau betrachtest, wird dir der große, blau schimmernde Edelstein in der Klinge sofort auffallen Er ist das Gefäß für die magischen Kräfte der Klinge Wenn ich den Stein entferne, kann ich daraus eine Zauberrune herstellen, welche die Eigenschaften von Uriziel selbst in sich trägt Eine Zauberrune aus Uriziel Mit der Kraft der Rune wirst du deine Feinde ebenso besiegen, wie mit der Kraft des Schwertes Aber sei gewahr, dass nur ein Meister des sechsten Kreises der Magie eine solche machtvolle Zauberrune beherrschen kann Mh, ne Dann lassen wir das, weil weder den fünften noch den sechsten Kreis der Magie haben hier Und ähm Wie soll ich mich ausdrücken? Ich werde da nicht mehr hinkommen Ich weiß nicht, wo ich so viele Lernpunkte hernehmen soll, weißt du Deswegen Bin ich jetzt zufrieden, wir haben ja zwei in der Stufe 2 gelernt Und damit kriegen wir das Vieh auf jeden Fall klein, egal was für ein Vieh Egal was da auf uns zukommt Ja, komm, mecker nicht Beweg dich Was für ein Riesenschwert, ey So, los geht's Ich glaube so ausgerüstet, wie wir jetzt sind, kriegen wir auch diesen komischen Orgmenschen da platt Und alles, was da noch an Wie haben die sich genannt? Apokalyptischen Templern, oh vielleicht Alter Schwede, ey Boah, bin ich müde Boah, bin ich so müde Boah, bin ich so müde Boah, bin ich so müde Oh, schack Ich rufe Mensch, das Komm schon, pumpe dich vorwärts Ab zurück in den Tempel und Metzeln, was das Zeug hält. Erst nochmal speichern. So, das sind wir. Jetzt tanke ich mich nochmal ein bisschen auf. Ach so, die ganzen Teleport-Sachen sind ja auch uninteressant. Licht, Feuersturm, undotes Vernichten. So, 6 ist Armee der Finsternis, glaube ich. Ja. Was ist das? Habe ich ganz vergessen, was von dem Zeug zu schlucken hier. Speichern wir auf dem ersten wieder. Also. Wir haben die Erzrüstung. Wir haben das krasse Schwert. Und ich bin Sauide. Ach Gott. Aha, guck mal. Ich werde euch sowas von fertig machen. Die. Die. Meine Fresse. Das ist doch gar nicht so einfach mit einer zwei-hand-waffe zu kämpfen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe hier genügend Tränke. So, dann gehen wir jetzt hier lang. Das ist voll das Monster-Schmeld ohne Scheiß. Na, geht doch. Ich komme gelaufen. Aber ich könnte vielleicht noch einfach sowas hier trinken. Okay. Wow. Jetzt mache ich dich fertig mein Freund AHHHHH BÄR DICH TU IRGENWAS Okay, hat einfach gar nichts gemacht Das war ja relativ einfach Ich weiß gar nicht Zackig und das letzte Aha Okay Okay Was zur Hölle? Wie kommst du? Der Schläfer ist nicht mehr weit Nur so wirst du den Schläfer von dieser Welt verbannen können Ich verstehe Ich 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 Geblutet Jetzt wird mich niemand mehr aufhalten Die Macht des Schläfers wird immer stärker Ich kann nicht Was ist los mit dir? Ich Muss Oh Okay Und Gute Nacht Ich 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 Ein Ah ja, genau, da geht es runter. Ich gucke aber erstmal her, was ist noch da hinten, weil der anderen, wahrscheinlich symmetrisch angelegten Kammer gibt. Da werden ja dann auch Mumien liegen. Und die ganzen leckeren Trinken, die werde ich mir noch zugute führen, weil dann, wow, dann bin ich ja relativ krass aufgepumpt. Boah, guck mal was da alles noch drin ist. Krasser Mist ey, krasser Mist. So, das ist jetzt sozusagen die finale Vorbereitung für den letzten Kampf. Okay, dann werde ich mal schauen, was ich da jetzt alles habe. Also Geschicklichkeitsbonus 8, das ist also wichtig für den Bogen, falls wir damit jetzt kämpfen. Zack, rein damit, rein damit, dann haben wir hier Lebensenergiebonus 5, Lebensenergiebonus 10 und guck mal 7x15. Das ist ja jede Menge Lebensenergie, noch mehr. Fast ein Fünftel nochmal insgesamt. So, Lebensenergiebonus Mana, äh Quatsch, Manabonus, so rum. Und da bin ich fast bei 60% mehr, würde ich sagen. Stärke und Geschick. Stärkebonus, auch interessant für das Schwert. Geil. Kannst du euch schön aufpumpen hier. Wo sind wir denn jetzt? Oh, guck mal, 160 Stärke, 100 Geschick. Äh, Mana 115, 145 und Lebensenergie 600 noch was. Krass. Sehr, sehr krass. Okay. Achso, äh mit Runen wollte ich mich grad noch ausrüsten. Also, Untote vernichten kann ich jetzt nicht gebrauchen. Feuersturm lassen wir mal. Licht brauche ich auch nicht. Das, Untote vernichten. Dämon, Golem, Skelett. Ah, wobei, einzelne Skelette kann ich nicht gebrauchen. Dämon und Golem noch auf jeden Fall. So, das heißt, 4 ist Dämon beschwören, 5 ist Feuersturm, Armee der Finsternis und Golem beschwören. Perfekt. So, und dann werde ich mal hier parken. Vom Inventar her, dass wenn ich das Inventar öffne, ich direkt auf dem Geschwindigkeitstrang bin. Weil den kann ich, glaube ich, gleich auch gut gebrauchen. Ja, Axala, leg dich ruhig hin. Achso, ja, jetzt muss ich jetzt hier runter. Vielleicht sollte ich mir die Armee der Finsternis jetzt einfach schon mal beschwören. Pam. So. Auf geht's, Jungs. Auf geht's. Hallo, schlag mal in die richtige Richtung. Ach, shit. Da könnt ihr wahrscheinlich nicht drüber, ne? Da könnt ihr wahrscheinlich nicht drüber, ne? Ja. Ach, Mensch. Jetzt kann ich mir gleich eine neue Armee der Finsternis beschwören. Aber, das müsste ich jetzt hier machen können. Ohne Probleme. Na komm schon. Da sind sie ja. Und einer ist weg. Da sind sie jetzt. So. Oh Gott. Wir werden nicht zulassen, dass du unsere Pläne durchkreuzt. Die Welt steht kurz vor dem Erwachen des Erlösers und keiner kann ihn aufhalten. All die Ungläubigen da draußen werden ihren Preis bezahlen. Und du hast die Ehre, der Erste zu sein, der diesen Preis bezahlen darf. Schläperenwache! Alter, kotzt doch nicht direkt. Oh oh, los, haut drauf, haut drauf! Hallo Leute? Nein, du tötest mich nicht! Na, komm schon! Schnell weg! Ach du Scheiße! 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 Ach komm ich lass den Scheiß. Ach du Scheiße! Ach komm ich lass den Scheiß! So, jetzt muss ich mir mal überlegen, was ich hier am besten mache. Kontrolle, Blitz, Todeshauch, okay. Feuer, Regen, ich erspare uns das jetzt einfach mal komplett. Oh oh, macht es euch bereit, Leute. Ich glaube, ich versuch's lieber mit dem Bogen, wa? Na, haut auf! Nein! Yeses, Maria. Nein. Oh mein Gott. Das habe ich nur getan. Der haut einfach ab! Ja, pass mal auf, wie ich abhaue. Ach, die kann ich gar nicht, oder was? Wenn das der einzige Weg ist, um euch platt zu machen, dann soll es so sein. Scheiße, ich muss erst was, muss es auf. Oh. 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 Sind die jetzt wieder hier hin zurück oder was? Ah tatsächlich! Ui! Das scheint die doch ganz schön fällig zu machen, dieses Feuer Aaaaah, komm schon, du kriegst noch einen Bleib ruhig da, Jungs, ich mach das schon irgendwie So, schlock die jetzt einfach immer so truppenweise weg So mein Freund Das dürfte der letzte von den Spastis gewesen sein Jetzt heißt es also nur noch Et Jägen Misch Aaaaah Korka Lam Du Aaaaah So, jetzt geht's auf, also Ähm Achso, okay Zack, Nummer 1 Wow, okay Wow, okay So, der nächste bitte Zackisch Na, komm her So, der zweite Jetzt kümmern wir uns mit das dritte Boah, ne, nicht noch einer, komm schon Fall runter, fall in die Lava Das war eine gewandte Kampf Sooo Dann, Nummer 4 Ja Na, komm schon So, jetzt trinke ich mir schnell ein paar Tränke Schneller Schneller Ich will nicht, dass der Schläfer mich irgendwie mit einem Finger umkippt oder so Ah, sieht das Ding ekelhaft aus So, jetzt kümmern wir uns mit einer So, jetzt kümmern wir uns mit einer Schuhe Tan, schuhe Skar Nachdem der Schläfer wieder in seine Dimension verbannt wurde, begab ich mich zurück ans Tageslicht. Die magische Barriere war gefallen, doch für mich fing das Abenteuer damit erst an. Aber das ist eine andere Geschichte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020